aber das ding ist jetzt ja fast voll das bedeutet oh es geht sogar noch weiter hoch es lädt sich sogar weiter auf das bedeutet ich müsste jetzt diese 48 per tick erreicht haben oder ich hole mir schon mal clay und sand quarts sandstone naja immerhin habe ich clay und sand und ich bin inzwischen schon level 47 das muss man eigentlich ausnutzen dass man so viel hat aber irgendwie gerade nicht ist vielleicht etwas doof den auf dem trockenen stehen zu lassen so hopp so dass aber es geht wieder runter es geht tatsächlich noch immer runter das ding verbraucht einfach zu viel gut raus und 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 hm was bekommt man eigentlich daraus copper stone und tin pile of dust so ich muss mal kurz aufhören tut mir leid aber bis gleich tschüss und da sind wir auch schon wieder zurück zurück bei minecraft monsters ist jetzt in der zwischenzeit eine ganze zeit vergangen und die zentrifuge ist wieder auf volllast volllast wie schön die frage ist kann ich das ding hier irgendwie noch ein bisschen mehr bepowern ich muss auf jeden fall hier diese das zeug hier ändern denn das geht gar nicht ich glaube hm ich äh guck mal später mal nach hm wie ich das mache so stone dust wir brauchten cf powder cf powder sand und clay gut hallo falsche taste sand habe ich clay habe ich es fehlt nur noch das zeug das so gut wie bescheuert lange dauert ok dann kann ich mich schon mal diesen cf sprayer machen iron blast pain super super äh hier electric furance wir bräuchten 6 dafür soweit ich weiß und dann brauchen wir noch zwei zwei zinnen drei eisen ziehen zwei oh mein gott ach hier haben wir noch glas hier haben wir auch noch glas und iron hier haben wir noch ein iron wir bräuchten zwei iron so so und vier zinn gut und mal den dreck wegschmeißen ja das war der ganze dreck so so stone dust haben wir genug für mein erstes stückchen aber als erstes machen wir den cf sprayer und zwar und zwar und zwar sechs stück schön das finde ich irgendwie etwas doof dass es 16 sind hm so zack und eins zwei drei cf sprayer empty super äh ja ich würde sagen wird schön mal leiser musik wo war jetzt unser zeug da zack yeah so man muss das ich glaube so machen hallo hallo wie muss man das denn jetzt machen ach man muss die in irgendeinen modus einstellen oder das hier im modus äh es ging in fluid boah verdammt nochmal was war das nochmal genau ich glaube wir brauchten Wasser ich kann jetzt dummerweise auch nicht mehr nachgucken ist das zu spät schon äh ja mal gucken ob es mit Wasser geht wir haben Wasser schon dabei ich Idiot hmhm so ich kann die nirgendwo einsetzen ich kann nicht schreiben ne was ist denn damit das ist die oh ich fürchte wir haben die falsche gebaut hm ok bauen wir mal die andere 10 Boah, das Ding kann ich genau mit den 15 Teilen wegwerfen. Die brauche ich ja nie wieder. Und die Pfeile und so weiter konnten auch mal weg. Ah. Pfeile. Jetzt haben wir noch was wegkann. Oh, thank God. You saved my banking, pal. Where are we going? Just a jailbreak? Can't see a thing. Wie viel Scheiß ich noch hier habe. Das kann auch mal weg. So. Neue Canning-Maschinen. Natürlich. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte diese Canning-Maschinen machen. Dafür brauche ich Zinn. Electronic Circuit. Denn die kann ich ja herstellen. Mh. Drei waren das. Soweit ich mich erinnern kann. Dann. Oh. Die schön fertig machen. Haben mir schon mal so viele. Ich mal schlecht aus. Ah. Das Ding ist voll. Da kann ich dann wieder mein crushed Zeug reintun. Und die Sonne geht unter. Wie schön. Ah. Entschuldigung. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ich kann noch immer nicht fliegen und ich hasse es F1 zu drucken. Also tue ich es auch nicht. So. Schön, das läuft. So. Was wollte ich jetzt machen? Boah, verdammt. Ach ja, stimmt. Genau. Ich brauchte ein Stück Eisen noch. Zack. Jetzt. Das da drauf. Äh. Und. Die 6 hier drüber. So. Mh. Ja. Das bedeutet. Ich habe natürlich einen zu wenig. Wie immer. 8 hier drauf. So. Basic Machine Casing. Jetzt noch Zinn. Haben wir jetzt kein Zinn mehr? Da habe ich den Zinn einfach nur hier reingelegt. Und zwar wir brauchten 7. Das sind 4. Ja. Zack. Den einen kann ich noch machen und dann brauche ich einen neuen Hammer der mir natürlich selbstverständlich schnellstens zur Verfügung steht. So. Zack. 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 Canning Machine for power. mal die Ranch und wir bauen das Ding mal ab. Jetzt wird die mal eigentlich nur gestellt. Puh. flu-enriched mount. Gut. So. Ähm. Das muss und wieder dahin und Wasser